Falls du zu geizig warst, um unser letztes Spiel zu kaufen, erzähle ich dir jetzt etwas von dem, was passiert ist. Da war dieser Typ namens Abe, der in einer trostlosen Fleischfabrik namens Rupture Farms arbeitete. Die Bosse von dem Laden waren Glarkens. Und die standen sozusagen kurz vor der Pleite, weil sie schon aus allen heimischen Tieren Hackfleisch gemacht hatten. Und jetzt wollten sie Abe und seine Kumpels zu leckeren Happen verarbeiten. Wir gaben Abe die Fähigkeit zu reden, damit er das Richtige tun konnte, nämlich seine Kumpels zu retten. Aber manche Leute kümmerten sich nicht darum, dass er das Richtige tat. Sie fanden es viel witziger, sie erschießen. Oder zerstöckeln. Zerquatschen oder sogar Vertrügeln zu lassen. Überflüssig zu sagen, dass einige Leute deswegen stocksauer waren und sie rührten am Ende keinen Finger, um Abe zu helfen. Aber wenn man halbwegs anständig war und sein Bestes getan hatte, um seinen Kumpels zu helfen, dann ging für Abe am Ende alles viel besser aus. Und wenn du das sehen willst, solltest du die Kohle rausrücken und dir das Spiel kaufen. Auch wir haben hungrige Mäuler zu stopfen.